Servus Leute, wie ihr seht jetzt bin ich hier bei Fortnite und den Wii-Parks. Ich habe vorhin einfach einmal, jetzt habe ich schon wieder einen Haufen ausgegeben. Ich kann euch mal zeigen, was ich gekauft habe. Ich habe einfach mal im MyThem-Shop, habe ich einfach mal, warte jetzt, es geht gleich los. Einen Moment bitte. Warte bis aufs erste wieder und dann zeige ich es euch. Ich habe einfach einmal einen Haufen, einen Haufen gekauft im Ding. So, ich habe einfach einmal den Skin hier gekauft. Leute, mega nice. Dann den, die schauen alle fast gleich aus. Es ist ein komplettes Set. Aus acht Figuren besteht das Set. So ein Set habe ich mir alle gekauft. Das komplette Set durchgekauft, Leute. Holy Moly einfach. Der CT im Besitz steht. Also ich habe mir wirklich, wirklich ohne Übertreibung ganze acht Figuren gekauft. Aber nicht nur das. Ich habe mir glaube ich insgesamt neun, zehn, elf Figuren, wenn ich mich nicht täusche, gekauft muss. Ich muss mal schauen. Und dann muss ich euch was zeigen, weil ich wurde irgendwie gerade gesperrt für etwas bei Fortnite. Und das finde ich arg einfach. Aber ich werde es euch gleich zeigen. Vielleicht eine Überlastung, wegen zu viel kaufen und so. So, wir warten wieder ganz kurz. So da da. So da da. Einen Moment. Ah ja, da habe ich ja gar nichts Ding. Aber was ich gekauft habe, ist einmal, wenn ihr ganz kurz wartet, jetzt zeige ich euchs. Den Skin. Einen habe ich Digga. Mega, mega nice. Muss ich schon sagen. 2000 V-Bucks hat der gekostet, Digga. Aber ja. Die beide 2500. Er und er. Leute. Nicht, 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 nicht einfach. Jetzt momentan habe ich noch 7.450 V-Bucks. Ich hätte eigentlich noch mehr V-Bucks, wenn ich, wenn das Ganze ein bisschen anders verlaufen wäre, als es verlaufen ist. Aber das werdet ihr gleich sehen. Nicht alle Gutlandkarten. Ich habe 6, ich habe 300 irgendwas. Ich meine, ich habe 6 Dingen gehabt. Aber ja, ich werde es euch gleich erklären, die Leute. Und ja. So. Einfach einmal. LOL. Dann gehen wir hier mal auf V-Bucks. Dann, wenn man hier da aufdrückt, dann auf Erwerben. Ich bezahle immer, immer mit Paysafe, Leute. Dann drücken wir einmal auf Paysafe. So. Dann steht hier alles halt dabei, was man so wissen muss. So. Und dann drücken wir auf Bestellung. Abschicken. Was jetzt passiert ist, Leute. Nicht, 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 nicht ohne. Da steht einfach einmal, steht einfach einmal, Ihr Konto ist leider für Käufe gesperrt. Bitte wenden Sie sich an den Kundenservice. Leute, dass ihr es lesen könnt. Ich glaube es einfach nicht. Mann, Leute. Die Welt verblödet. Wirklich. Wow, wow. Jetzt werden mir mein Handy fast runtergeflogen. Alter, war lauter. Scheiße, Mann. Das ist einfach nur. Ich bin einfach nur angepisst auf Ecke games gerade. Ich bin froh, dass ich so viel V-Bucks noch bekommen habe, dass ich einmal jetzt noch für einen Tag Minimum abgesaved bin. Nicht einmal da ganz komplett mit hoher Wahrscheinlichkeit. Vielleicht, wenn nicht zu toll als Kinds drin sind morgen. Und ja, sonst hoffe ich, dass morgen einfach die letzten drei Passive Couten gehen. Sonst kann man dazu nichts sagen, Leute. Ich habe zuerst durchgescrollt bei meinen Skins. Schaut euch das an. Ich habe einfach schon zu viele Skins. Echt. Da unten übrigens das komplette Set hier. Alter. Alter, 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 alter. Und da ist der 2000 Euro Skin, also der 2000 V-Bucks Skin heute. Nicht ohne Leute. Echt. Am geilsten finde ich ja den Skin, muss ich euch schon sagen. Obwohl momentan ja der Skin mein absoluter Lieblings Skin ist. Aber ich finde auch den hier cool. Einfach mal mega, 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 mega nice. Und ja, den aber feier ich den, was ich heute da bekommen habe. Den feier ich auch mega, Leute. Schaut einfach geil aus. Einfach super. Holy moly. Einfach perfekt. Es ging ausfüllen und alles passt. So, Leute. Wir stellen das Ganze wieder natürlich auf zufällig. So wie da. Da geht es nicht. Da zufällig. Da geht es nicht. Und da zufällig. Und ja, alles auf zufällig natürlich gestellt, Leute. Und ja, was soll ich sagen. Ich habe mich halt abgesaved, auch mit Dingen. Ich sage es euch. Die Welt dreht durch, Leute. Es wird nicht mehr lang dauern, sind die Einkaufssachen aus. Weg. Können Sie zwar nicht so leicht lesen wegen... Ding, weil... Das wäre ja irgendwie... Ja, man muss ja doch noch Lebensmittel einbauen. einkaufen. Da freue ich mich schließen. Schon, weil die Leute im Krieg überlebt. Da wurden teilweise verbombt. Aber egal. Lassen wir es, Leute. Und schau, würde ich sagen. Bis ja. Jetzt ist ja mal schulfrei. Digga, das feiere ich mega an diesem Corona-Virus. Also schulfrei finde ich mega, 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 mega cool jetzt einmal. Aber ja. Schauen wir mal, wie es weiter geht. Da wird noch einiges auf uns zukommen, weil es nicht so gut ist. Aber was soll es, Leute. Dann schau auf jeden Fall mal. Ja.